so leute da bin ich wieder zurück zum nächsten part von der lesion of zelda twilight princess hd im letzten part haben wir den sora jungen mehr oder weniger das leben gerettet und jetzt ist uns die sora königin erschienen und sie bat uns ihr zu folgen und das waren wir am besten auch ich hatte zwar noch was anderes vor wie gesagt habe ich ja schon die letzten drei parts vor dass ich die herzteile sammeln oder zumindest ein herzteil oder zwei herzteile noch sammeln und eine flasche haben naja okay sie führt mich auf den friedhof ok oh Was haben wir denn hier? Da unten gibt es auch eine Höhle, wie ich sehe. Aber da kommen wir noch nicht rein. Wo haben wir, glaube ich, diese Unterwasserbomben? Die, wo Burns jetzt ein Angebot hat, da war ich auch noch nicht. Ich danke dir von Herzen, dass du meinem Sohn geholfen hast. Dieses Dorf Kakariko ist bei uns Soras der Ort der ewigen Ruhe. Auch die Seele meines verschiedenen Mannes, des Königs Sora, ruht hier. Es ist sicher Schicksal, dass mein Sohn gerade hier gerettet wurde. Nun, was ich dir versprochen hatte, es liegt in diesem Grab. Am Mann ließ zu Lebzeiten ein Gewand für den Helden anfertigen. In ihm ruht die Kraft der Soras. Nun soll es dir gehören. Du erhältst das Sora-Gewand. Dieses legendäre Kleidungsstück stammt aus dem Besitz der Sora-Königsfamilie. Trägst du es, kannst du dich unter Wasser frei bewegen. Dafür schaden Feuer und Eis der Tatten mehr als sonst. Ah, okay. Nun, endlich kann man auch in mich zur Ruhe beten, an der Seite meines Gemahles. Nur, mein Sohn weiß noch nichts von meinem Dahinscheiden. Trotzdem begegnen, überbringe ihm von mir die folgende Botschaft. Dauere nicht um deine Mutter. Sei unserem Volk ein tapferer König. Und sag ihm auch, dass seine Mutter ihn immer lieben wird. Deine Freunde haben wir alle gefunden und dann auch noch ein Sora-Gewand erhalten. Ist doch prima, oder? Ich hoffe nur, du hast nicht das Wichtigste vergessen. Ich meine den letzten Schattenkristall. Erinnere dich doch mal daran, was der Lichtgeist Pyrone gesagt hat. Er hat auch gesagt, wir brauchen den Schattenkristall, um die Welt vor Xanto zu retten, dem Herrscher der Schatten. Wenn wir jetzt mit den anderen nach Hause gehen, ohne etwas zu unternehmen, dann beginnt die Tragödie bald wieder von vorn. Also los, schnappen wir ihn uns. Wir müssen zum Schrein, am Grund des Jüliersees. Okay, ich will mir erstmal kurz dieses... Moment, achso, ich muss es hier ausrüsten, ne? Ja, genau. Genau, hier. So, wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt hier ins Wasser gehe? Ah, okay. Cool. Alles klar, wir bräuchten quasi die Wasserbomben, damit wir die Felsen aufspringen. Können ich? Lass es einfach mal... Kann ich da hoch, bitte? Ne. Ich ziehe es einfach erstmal wieder aus. Weil ich eh noch vorher was anderes machen will. So, jetzt geht's. So. Und zwar will ich jetzt endlich ein Herzteil holen. So, erstmal hier wieder zurück. Oh, shit. So, vielleicht passiert jetzt noch was, wenn ich nach Kakariko gehe. Aber ich glaube nicht. Also, nächstes Ziel ist der dritte Dungeon. Ähm. Nein. Alles klar. Gut, Leute. Dann mache ich hier mal einen Cut. Und wenn ich was gefunden habe, dann zeige ich es euch. Bis gleich. So, Leute. Da bin ich wieder. Und zwar bin ich jetzt auf das Dach von dem Laden von Burns gegangen. Hier soll es irgendein Minigame geben. Bin mal gespannt. Hier oben auf dem Wachtraum von Kakariko. Mal schauen. Ich hoffe, das kann ich auch jetzt schon machen. Ich rede einfach mal mit dem hier. Man sagt, dieses Dorf wurde auch von Monstern überfallen. Die Leute hier haben wohl auch einiges mitgemacht. Wir waren so mit unseren eigenen Problemen beschäftigt, dass wir euch gar nicht helfen konnten. Tut uns wirklich leid. Na gut. Ich werde gemeinsam mit dem Zwerg da oben Wache halten, um den Frieden in Kakariko und am Todesberg zu bewahren. Willst du dich oben mal umschauen? Tolle Landschaft da. Dann steig auf meinen Rücken. Moment. Gleich. Wahrscheinlich müssen wir da hoch. Ich gucke erst mal hier. Aber es sieht schon mal nicht schlecht aus. Der wirft uns jetzt irgendwo noch weiter nach oben. Aber was haben wir hier? War ich da schon mal drin? Ja, ich glaube schon. Was ist hier? Oh, what the fuck? Da ist auf einmal eine Truhe. Okay. Nice. Was haben wir denn? Aber bestimmt eine Rubine. Ja. Come on. Okay. Vielleicht wirft er uns auch nur hier hoch. Vielleicht wäre das eine Abkürzung gewesen, dass man nicht anderen die Leiter benutzen muss. Ich weiß es nicht. Okay, hier geht es noch weiter nach oben. Ich glaube, ich bin hier richtig. Hey. Cube. Ich halte hier Wache für uns alle. Wenn wieder irgendwelche Monster angreifen, schlage ich laut Alarm. Ach, wenn ich doch nur einen Bogen hätte. Dann könnte ich die von hier aus selbst erledigen. Das ist es, Cube. Kannst du mir nicht beibringen, wie man sowas macht? Es würde schon reichen, wenn du mir zeigst, wie du schießt. Bitte. Und genau das ist es. Na klar. Kein Problem. Ja, nice. Da vor der Quelle steht Maru. Geh am besten zu ihr und zeig's mir von dort aus, ja? Okay. Da bist du ja. Sag mal, kannst du wirklich mit Pfarrern und Bogen umgehen? In Ordon habe ich dich noch nie mit Bogen gesehen. Naja, egal. Versuche erst mal, das da zu treffen. Kein Problem. Kein Problem. Na schön. Das war natürlich viel zu einfach. Wie wär's damit? Fuck. Das ist echt gar nicht mal so einfach. So, jetzt hab ich's. Okay. Hey! Hier oben. Als, als letztes, versucht das hier zu treffen. Was soll ich treffen? Kann ich hier auch weggehen? Nee. Was ist los? Willst du etwa aufhören? Nee, 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 nee. Yo, wie soll ich denn das treffen? Ich seh ja hier gar nix. Was soll ich denn überhaupt machen? Kann ich hier nicht hinzoomen, ne? Oh. Oh. Oder etwa doch. Hä? Hä? He? 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 Ach, come on. Jetzt auf einmal. Probier das Falken-Auto, das bei mir im Laden gibt. Sag halt das gleich, Mann. Ja, wow. Ich hab den jetzt echt geschlagen. Ja, okay. Ey. Wie der mich abzockt hier. Guck dir das an. Nein, will ich nicht. Ja, ich hör auf. Ja, ich brauch das Falken-Auge, Mann. Solche Betrüger, ey. Wie die mich jetzt abgezockt haben, das haben die so geplant, ne? Ja, 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 ja. Solche Betrüger, unfassbar. Ah, Mann, ey. Hey, Cube. Kaufst du was? Mit diesem Fernglas kannst du ganz wie an Falken ferne Dinge erspähen. Ohne Turbine. Extra nochmal schön den Preis erhöht, da sie wusste, dass ich jetzt das kaufe. Du hältst das Falken-Auge. Okay. Ja, tschüss. Jetzt kann ich zwar wieder da hochlatschen, aber immerhin... Oh, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das natürlich früher schon geholt. Naja. Um unnötige Zeit zu sparen, schneide ich hier. Bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Jetzt dürften wir es aber hinbekommen. So, ihr kleinen Betrüger. Ja, ja, ja. Die eine, die haben das Exister so geplant, die eine. Ja, ja, komm. Du schon wieder? Also die... Achso, ich muss die anderen gar nicht mehr machen. Achso, okay. Dann probieren wir das gleich mal aus. Boah, cool. Ja, wo ist das letzte Ziel? Ach, das war's. Okay. Wahnsinn, getroffen. Du hast getroffen. Ich dachte, das ist wieder so eine Zielschabe. Danke, Cube. Na schön, mit dem Boden kannst du also umgehen. Aber du hast ja auch dieses Ding da verwendet. Und... Tolles Instrument, oder? Jo, ist nice. Zehn Rubine. Hier, nimm. Versuch beim nächsten Mal aus eigener Kraft zu treffen. Ohne irgendwelche Hilfsmittel. Wie? Ach was, ich muss das schaffen, ohne das Auge, oder wie? Ich glaube schon, ja. Oder? Weil ich glaube, man bekommt da ein Herzteil. Ey, nicht ernsthaft jetzt, oder? Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder oben bin. So, das ging ja ziemlich schnell. Da bin ich wie auch schon wieder. So. Ey. Ja, okay. Ich muss wahrscheinlich... Ach, jetzt zeigt es mir auch genau an, wo das Ziel ist. Ich stelle mir so weit vor, wie es geht. Jetzt habe ich es get... LOL. Du hast schon wieder getroffen, Supercube. Na nur, wenn du dir Mühe gibst, bist du ja richtig gut. Anscheinend hast du schon ein paar Kämpfe erlebt. Nimm das hier. Yes. Endlich. Ja komm, das hat mir keiner gesagt, dass ich das Auge nicht nutzen darf. Und ich dachte, da erscheint ein Ziel irgendwo, wo ich abballern muss. Und nicht dieser Holzstampen da, oder wie ich das nennen soll. Du erhältst ein Herzteil. Endlich. Yes, Mann. Yes. So, Leute, da bin ich wieder. Das nächste Herzteil befindet sich, glaube ich, hier. Gleich daneben, wo wir gerade die Quest abgeschlossen haben. Und hier beim Lichtgeist. Und zwar ist hier ein Felsen. Den habe ich jetzt schon freigesprengt. Und... Ich glaube, da befindet sich doch bestimmt irgendwo eine Truhe. Habe ich recht? Genau, und ich glaube, wir müssen jetzt da reinspringen. Ja, ja, genau. Am besten die Eisenstiefel anziehen. Ups. Ja, 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 ja. Oder unten ist sogar noch eine Höhle. Ich könnte auch das Zungergewand anziehen. Aber es reicht doch so. Und hier müsste sich ein Herzteil befinden. Genau. Du erhältst ein Herzteil. Sammle ein weiteres und du hältst ein zusätzliches Herz. Geht doch. Da kann ich leider noch nichts machen. Da brauche ich ja jetzt die Bomben von Börns. Und die Zeit wird langsam knapp. Geh hoch. Okay, das war jetzt doch schon relativ eng. Okay, dann hätten wir dieses Herzteil auch schon gefunden. Dann sehen wir uns gleich wieder. Vielleicht finde ich noch eins. So, Leute, da bin ich wieder. Und zwar gibt es hier eine Flasche zu holen. Und das hat mir irgendjemand mal im Stream erzählt, dass ich hier eine Flasche verpasst habe. Und zwar, wenn wir hier mit dem Typen hier reden, wo mir das Öl verkaufen will. Hä? Ja? Öl willst du? Du kannst entweder für 100 Rubine eine Flasche... Ich hätte es eigentlich witzen müssen, wenn eine Flasche schon rot markiert ist. Ich will eine Flasche Öl. Dann bekommt man eine Flasche. Ich dachte, er füllt sie nur auf komplett. Okay, vielen Dank. Hier, nimm. Du hältst eine Flasche mit Öl. Okay, irgendwer hat mir das gesagt in den Kommentaren, dass ich das verpasst habe. Danke auf jeden Fall an denjenigen. Und war es dem Schrein? Ist toll, oder? Naja, in letzter Zeit treiben sich ziemlich viele Ungeheuer darum, wohin man auch geht. Es wird wirklich immer schlimmer auf der Welt. So. Und schneiden brauche ich auch jetzt hier gar nicht mehr, da wir eh gleich beim nächsten Herzteil sind. Schön, dass ich jetzt hier noch eine Flasche mitgenommen habe. Ich glaube, dass noch ein Herzteil befindet sich auf jeden Fall in Ordon. Das habe ich ja schon mal angekündigt, dass man die Ziegen nochmal in den Stall treiben muss und dafür dann ein Herzteil bekommt. Und das werden wir jetzt auch noch schnell machen, wenn ich schon hier bin. So. Ich weiß auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, wie lange der Part jetzt hier ist. Ich hoffe, das passt einfach von der Länge her. So. Er ist ziemlich eng hier mit Epona. Aber wir brauchen Epona natürlich. So. Das sind wir wieder in unserer Heimat. In Ordon. Ich glaube, das ist dann auch eines der letzten Herzteile, die wir holen können. Zumindest jetzt. Vom jetzigen Zeitpunkt an. Natürlich gibt es wahrscheinlich noch das eine oder andere. Aber wie gesagt, das Spiel ist für mich blind. Das seht ihr wahrscheinlich auch. So. Hey. Ich habe schon gehört, Cube. Wir sind alle in Kakariko, oder? Wir hier im Dorf waren so niedergeschlagen. Aber jetzt geht es allen schon viel besser. Das verdanken wir nur dir. Wirklich. Danke, Cube. Okay, der will jetzt gar nichts. Ach so. Ja, jetzt. Wenn man die nochmal anspricht, dann bittet er dich darum, um die Ziegen in die Weide zu treiben. Und das machen wir jetzt auch. So. Sieht schon mal ganz gut aus. Das sind schon einige hier. Rein mit euch. Oh, nice. So, dann machen wir da hinten weiter. Los, rein mit euch in den Stall. Da hinten sind noch drei. Da gehst du. Das ist wieder der Assi, der wo nicht rein will. So, jetzt du noch. Geh rein. So, und dann die... Ja, 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 ja. Nein, nein. Ja, du blöder Assi. Geh bloß rein jetzt hier. Hallo. Was ist das denn für ein Assi? Der war genau für einen Meter vorm Stall und dann hat sie sich gedacht, nö, kein Bock. Gehst du jetzt rein? Hallo. Wo ist das? Will mich der verarschen jetzt hier? Ich habe nicht ewig Zeit. Ich habe wirklich nicht den ganzen Tag Zeit, mich mit dir herum zu ärgern. Dankeschön. War zwar schlecht jetzt von der Zeit her, aber ich glaube, das macht keinen Unterschied. Wunderbar, Cube. Gerade mal 1,27. Tolle Zeit. Dank deiner Hilfe bin ich viel schneller fertig als sonst. Ach so, deine Belohnung hier, damit du noch stärker wirst. Ich weiß, du kannst es brauchen. Und da haben wir das Herzteil und damit haben wir auch einen kompletten Herzcontainer von und erhalten somit ein neues Herz. Dank deiner Hilfe bin ich heute eher mit der Arbeit fertig. Danke, Cube. Gern geschehen. So. Leute, und da würde ich sagen, beende ich auch hier mal den Part. Wir haben heute einiges gefunden, haben das Sura-Gewand erhalten, haben drei Herzteile insgesamt geholt und eine Flasche. Dann geht es im nächsten Part weiter. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. SARS-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV.-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-Se-M. Untertitelung des ZDF, 2020